In diesem Video verrate ich dir, wie du mithilfe einer selbst erstellten Facebook-Gruppe deine Leser später dort hineinholst, um ihnen mit der Gruppe nicht nur Mehrwert zu liefern, sondern dir später auch dabei zu helfen, mehr Rezensionen pro verkauftes E-Book oder Taschenbuch zu bekommen. Wie du ja schon weißt, pro 100 gekaufter E-Books oder Taschenbücher kommen in der Regel 1-2 Rezensionen zustande. Auf diese Art und Weise kannst du das Verhältnis auf 3, 4 oder sogar 5 Rezensionen nochmal hochschrauben pro 100 verkaufter Exemplare. Du stellst also einmal eine Facebook-Gruppe, geht ja ganz einfach hier oben, klickst auf Erstellen und dann hier einmal auf Gruppe. Da wählst du natürlich einmal den Namen aus und stellst das Ganze vor allen Dingen auch auf Privat. Denn dein Ziel ist es ja, dass nur die Leute, die dein E-Book oder Taschenbuch dann auch gelesen haben, dann später in deine Gruppe kommen. Deswegen musst du dir da auch ein Passwort für diese Gruppe ausdenken, was du da in dein Buchmitte reinschreibst. Das am besten oder am schlauesten natürlich ganz am Ende deines Buches, also irgendwo auf den allerletzten Seiten oder der allerallerletzten Seite. Und die Gruppe sollte natürlich da auch einem gewissen Zweck dienen, also wenn du jetzt als Beispiel ein Buch darüber hast oder Bücher, eine ganze Serie darüber hast, wie man irgendwie abnimmt, dann kannst du eine Facebook-Gruppe zum Buch erstellen, wo sich dann die ganzen Leser treffen können und darüber diskutieren und austauschen können, welche Tipps denn da irgendwie am besten sind oder welche Ernährungsweisen da am besten sind, um dann halt abzunehmen. Auf die Art und Weise bietest du deinen Lesern im Nachhinein nochmal Mehrwert und indem du dann später hier einmal auf Gruppe moderieren klickst und hier auf Frage an potenzielle Mitglieder stellen, da kannst du einmal die Fragen erstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel das maximal sein könnte, ich nutze immer drei Fragen. Die erste lautet, wie lautet das Passwort aus deinem Buch? Ja, das ist ganz wichtig, dass auch nur die Leute reinkommen, die dein Buch gelesen haben. Dann die für dich wichtige Frage, was Rezension angeht, wäre zum Beispiel, warst du schon so freundlich, eine Rezension auf Amazon zu hinterlassen? Wenn du nicht gegen die Richtlinien verstoßen willst und auch halt kein Freund bist von irgendwelchen Tauschgeschäften oder der Arbeit mit VAs, dann sollte es hier bei der Fragestellung auch so sein, dass es keine Aufforderung ist, sowas wie, bitte hinterlass eine Amazon-Rezension, damit du dann überhaupt in die Gruppe darfst. Das würde gegen die Richtlinien verstoßen, sondern wirklich eher sowas wie, warst du schon so freundlich, eine Rezension zu hinterlassen? Oder bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass du mir enorm dabei helfen würdest, wenn du eine Rezension auf Amazon hinterlässt? Wäre echt super nett von dir. Irgendwas so in die Richtung. Auf die Art und Weise kannst du dann deinen Leser auch nochmal daran erinnern, dass es doch toll wäre, wenn er dann eine Rezension hinterlässt. Und als Bonus, falls du halt auch eine E-Mail-Liste hast, kannst du die hier auch mit in die Frage einbauen, um da den Leser auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass du ja auch eine E-Mail-Liste hast. Falls das nicht der Fall ist, nicht so schlimm, geht er hier auch wirklich hauptsächlich um diesen Bereich. Und da ist mir wirklich aufgefallen, also die Gruppe hat gerade mal 184 Mitglieder aktuell, bietet aber zum einen ziemlich großen Mehrwert und auf die Art und Weise bekomme ich in der Regel so ein bis zwei Rezensionen pro Tag nochmal zusätzlich dazu. Wodurch ich dann auf weit mehr als eine Rezension auf 100 Verkäufe komme. Und falls du dich irgendwie mit Chatbots auseinandersetzen willst, Chatbots, die auf Facebook funktionieren, da habe ich auch schon gehört, dass das eine ziemlich super tolle Methode sein soll, wo man das Ganze mit den Anfragen nach Rezensionen auch ein bisschen automatisieren kann. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Falls du dich da ein bisschen mit Facebook auskennst oder die Zeit investieren willst in Chatbots, dann ist das natürlich auch nochmal ein ziemlich guter Tipp an der Stelle.